Was ist Konsequenz? Heinz hatte mit Gerti endgültig Schluss gemacht. Endgültig, jawohl. Mochte das launische Persönchen einen anderen Blitzableiter suchen, den Teufel würde es ihn schärfen. Fühlte er sich doch wie neu geboren, seit er wieder unabhängig umherlief. Und all seine Sportkameraden beglückwünschten ihn einzeln zur mannhaften Lösung des als äußerst unerquittlich bekannten Verhältnisses. Federten Schrittes wollte er in gehobener Stimmung durch die Stadtsausende so eben um die Ecke biegen, als er heftig mit einer jungen Dame zusammenprallte, die infolge ihres Leichtgewichts prompt zu Boden sank. Mit bestürzendem tausendmal Verzeihung beugte sich Heinz zu der Kleinen nieder, sie aufzurichten und erkannte jetzt erst Gerti. Gerti, die sich vom Kopf bis Fuß neu inszeniert hatte. Gerti, das süße Ungeheuer. Nein, nein, brüllte alles in dem erbitterten Retter, der das puppenhafte Geschöpfchen jetzt behutsam, aber bestimmt wieder hinlegt. Sehen Sie, das ist Konsequenz. Vielen Dank. Vielen Dank.